Was ist ein wunderschönes Beispiel für eine eigene Initiative, aber gezwungen hat sie niemand, oder? Also es gibt kein Gesetz im Jahr 2000, weiß ich nicht, wann sie eingereicht haben, 2020 wahrscheinlich, 2021, weiß ich jetzt nicht, aber sagen wir mal heute. Heute müssen sie eine Halleson nicht bauen und wir wollen in 30 Jahren das Klimaziel erreicht haben. Das muss man sich vorstellen. Wir bauen ja heute die Dinge, die in 30 Jahren sicher noch stehen und wir hoffen natürlich, dass sie länger stehen. Und wir hoffen, dass sie das so gebaut haben, dass sie es auch wieder schön zerlegen können. Sie haben es ja ein bisschen geschildert, dass das alles mitgedacht worden ist, aber das haben sie vollkommen frei gemacht, freiwillig gemacht. Und so werden wir nicht weiterkommen.